Der DAX, er läuft, er läuft, er läuft und einige haben die Frage gestellt und das durchaus berechtigt. Ja, sag mal, die Zählung, die wir da jetzt angesetzt haben, passt die denn überhaupt noch? Denn manch einer erinnert sich, jetzt habe ich es gerade gelöscht, blöd, ein bisschen, aber ich hatte schon rumgefummelt. Ich hatte das hier gezeichnet, denn das kam mir am plausibelsten vor mit der Chance und Erwartungshaltung. Wenn er das macht, gehe ich nochmal long, wenn er da drüber geht. So, haben wir die Chance gekriegt? Naja, wir haben sie hier im Kleinen gekriegt. Also manch einer ist da vielleicht nochmal long gegangen. Es ist ja eher wackelig. Hier wäre ein möglicher Trigger jetzt im Index, ist nicht umsetzbar. Im Future war das umsetzbar. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Aber dieses eigentliche Muster, was ich gerne hätte, ein Rücksetzer, der eine schöne ABC-Korrektur hat, der auch von den Größenverhältnissen tief genug gegangen ist, also 38 ungefähr gesehen hat, das haben wir gar nicht gesehen. So, aber wie lässt sich das denn charttechnisch noch erklären? Und dann viele fragen natürlich zurecht, ihr mit eurer Charttechnik, ihr lügt euch doch die Welt zusammen. Eigentlich im Gegenteil. Es geht gar nicht darum, dass wir uns die Welt hier zurechtbiegen, sondern wir müssen ja an den Taten der Marktteilnehmer was erkennen. Ich habe vorhin ein Gespräch gehabt, da ging es nämlich genau darum, ja was ist denn sinnvoller Charttechnik oder eben die fundamentalen Informationen. Und ich sage immer, die Meinung, meine Meinung ist völlig unrelevant. Jeden, also eines Jedens Meinung ist für den Markt uninteressant. Nur die Taten sind das, was zählen. Und die Taten ist das, was die Marktteilnehmer tatsächlich daraus machen. Also viele sagen, ja, aber es müsste doch dieses oder jenes passieren. Völlig irrelevant. Entscheidend ist, was machen die Marktteilnehmer tatsächlich? Und das, was sie machen, das sehe ich hier. Also ich bin nicht an der Meinung interessiert, ich bin an der Umsetzung interessiert, was die Marktteilnehmer machen. So sah es jetzt aus. So und jetzt muss ich natürlich aus dieser Umsetzung irgendetwas tun, wie ich damit umgehe. Theoretisch hat sich nicht wirklich was verändert. Im Wesentlichen warten wir nach wie vor auf so einen Rücksetzer dieser Art, der ab sofort stattfinden kann. Das weiß ich nicht. Aber wann immer dieser stattgefunden hat, das werde ich wissen, habe ich einen möglichen Trigger, um dann entsprechend die Long-Seite wieder mitnehmen zu können, um dann auf der Long-Seite dann mit dabei zu sein. Also wir haben eine Früheinschätzung, wo wir uns dann eben da reinsetzen können oder wo wir da was machen können. Ich finde es also sehr, sehr gut, was der Markt im Moment macht. Der DAX gefällt mir sehr, sehr gut. Ich fände es jetzt schön, wenn er irgendwann mal so einen Rücksetzer machen würde, möglichst korrektiv mir möglichst einen Trigger gibt, um dann gegebenenfalls nochmal reinzukommen. Das kann eine Weile dauern. Das kann durchaus sein, dass uns das durch den November bringt. Vielleicht nicht bis Ende November, aber zumindest nochmal ein, zwei Wochen diese Korrektur dann dauern wird. Das ist aber nicht schlimm, denn wir wissen, was nach der Korrektur kommt, wenn wir da getriggert werden. Jawohl, dann geht es weiter. Das, was wir hier vorne haben, nochmal. Das heißt nicht nur so einen Stümmel, den ich da hingemalt habe, sondern eigentlich streng genommen sehr gerne das Gleiche nochmal oder sogar länger. Wieso komme ich da drauf? Das ist nicht unbedingt nur geraten. Klassisch ist, wenn wir eine erste Bewegung haben, der Kurs kam von oben, also ist es eine erste Bewegung, die wir hier haben. Und anschließend haben wir eine Korrektur, so eine ABC. Hier sieht man es nochmal deutlicher. Dann ist es sehr typisch, dass das, was wir vorne haben, da hinten nochmal passiert. Oder länger. Länger ist völlig in Ordnung, aber viel kürzer ist nicht typisch. Nicht unmöglich, aber nicht typisch. Ja, also das ist ein Klassiker. Das haben wir im Groben hier ja auch sogar eine ABC und hier hinten schon mal die Verlängerung wieder. Ihr seht, das ist also gar nicht jetzt auf eine bestimmte Zeitebene begrenzt, dass man sagt, ja, das funktioniert aber ja nur. Nein, das funktioniert grundsätzlich mal auf allen möglichen Zeitebenen. Das hat auch hier funktioniert. Zack. Und wenn ihr hier diesen Knubbel da gesehen habt, dann die Verlängerung erstmal und dann mal gucken, wie es dann noch weiter reicht. Ihr seht, das ist eigentlich universell einsetzbar. Und das ist eben das typische, das klassische Marktverhalten der Teilnehmer. Also wie man normalerweise damit umgeht. So, also das ist im Moment erstmal die erste Bewegung nach oben. Wenn der Kurs jetzt wackelig runterkommt, cool, um dann das zu machen. Das wird eine Weile dauern. Müssen wir abwarten. Wo stehen wir denn da jetzt? Wo dreht der Markt? Wir machen mal den DAX jetzt heute ein bisschen länger. Dann gucken wir mal, wie weit geht die Bewegung und wie ist denn diese Bewegung einzuschätzen? Eine Frage, die ich ganz häufig gekriegt habe in den letzten Tagen. Aber das ist doch jetzt kein Fünfweller mehr. Wenn ich das hier zähle, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, sieben gibt es eigentlich nicht. Also zumindest meine ich jetzt so in der Anordnung. Naja, offensichtlich schon. Und jetzt ist die Frage, wie lässt sich denn das dann mit den L jetzt dann in Verbindung bringen? Und das ist natürlich ein Punkt, wo man dann notfalls ein bisschen Flexibilität zeigen muss, was viele kritisieren und sagen, ja, aber das kann doch nicht sein, dass ihr hier einfach da Entscheidungen trefft. Naja, gut, ich mache es jetzt mal einfachheitshalber. Einfachheitshalber. Eine erste Bewegung hoch, eine zweite runter. Und dann haben wir schon festgestellt, die dritte hier, das macht nicht so richtig viel Sinn, dass die dann hier endet, die vier. Weil dann passt das nicht mit einer möglichen Fünf. Bitte die Fünften noch nicht auffassen, als da ist jetzt sicher das Ende. Es ist auch noch denkbar, dass das Ende noch ein bisschen höher ist. Ja, also auch das ist noch denkbar. Das weiß ich noch nicht. Das ist ja noch die offene Frage. So kann es aber nicht sein, das würde irgendwie für die Fünfte nicht so richtig passen. Dann können wir doch sagen, naja gut, dann ist das vielleicht die vierte. Das heißt, dann ist das die dritte. Aber dann hätten wir eine sehr komische dritte Welle. Eine andere Überlegung wäre noch, zur Güte, dass die dritte quasi das ist. Die vierte wäre dann eine seitwärts. ABC runter, ABC hoch und nochmal eine hier runter. Was durchaus passen würde, weil die vorne ist, eine scharfe Abwärtsbewegung. Das muss nicht sein, aber häufig ist, wenn wir vorne eine scharfe Bewegung haben, haben wir hinten eine seitwärts Bewegung. Pattern Alternation ist das Stichwort. Das ist kein Must-Have, aber das ist sehr häufig. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass wir hier eine scharfe Korrektur haben und dass das, was wir hier sehen, eine seitwärts Korrektur war. Das sieht man immer daran, dass der sogar ein bisschen höher ist. So seitwärts Korrekturen, das zum Beispiel ist eine seitwärts Korrektur. A, B, B ist sogar höher als das und dann C. Bei einer scharfen Korrektur ist das nicht so. Da sind die fallend. Also ihr seht, der ist viel höher als der, beispielsweise. Also insofern, das ist so ganz häufig diese Pattern Alternation in einem Impuls, dass wenn wir vorne eine scharfe haben, dann haben wir hinten häufig eine seitwärts Korrektur und dann noch kommt halt die fünfte. Das wäre hier ja ebenfalls möglich. Sieht ein bisschen Scheps aus. Darüber können wir jetzt eine Stunde referieren und machen. Wahrscheinlich ist das sogar so, aber es ist auch gar nicht so erheblich, denn der Grundtenor dieser Bewegung, der ist mit Sicherheit eher dynamisch. Und wenn wir jetzt was Wackeliges hier bekommen, ist das sowieso alles Tinnif, ob wir das hier so genau aufteilen können oder nicht. Das ist dann die Korrektur und die Erwartungshaltung, dass wir diese ursprüngliche Bewegung in irgendeiner Form nochmal hinten dran bekommen und damit eben tapfer uns Richtung Weihnachten nach oben weiter bewegen. Also ihr seht schon, da ist noch Musik drin, was ja sogar auch ins übergeordnete Bild passt. Ich kann mir das sehr schön vorstellen, dass wir dann im Nachgang hier jetzt dieses hier noch machen. Ich zeichne das jetzt mal so ein bisschen grob da rein, dass wir irgendwie sowas bekommen. Warum sollen wir das nicht noch bekommen? Muss jetzt nicht so breit sein, wie ich es gezeichnet habe. Kann durchaus passieren, dass wir dann in den nächsten Monaten noch eine Aufwärtsbewegung haben. Ich will jetzt noch gar nicht davon, reden, das ist dann wieder die nächste große Ebene, dass wir den einen oder anderen dann überraschen. Sollte es aber eigentlich nicht, denn das, was wir hier haben, ist das gleiche, wie das, was wir hier haben. Wie das, was wir hier haben, ist das gleiche, wie das, was wir hier haben. Wer das nicht mehr gut erkennen kann, schaue hier. Das ist nichts anderes. Einfach mal eine A, B, C da rein. Das ist halt die nächste kleinere. Das ist die nächste größere. Und das, also sprich dieses hier, ist dann die nächste ganz viel größere. Also ihr seht, wir haben hier eine ganze Menge Ideen und Möglichkeiten, wie wir mit dem Markt umgehen können. Aktuell, aus meiner Sicht, ist es ganz klar nachvollziehbar, dass die Schuhbewegung hoch ist, dass die Wackelige jetzt kommen müsste, um mich zu begeistern, für einen neuen Einstieg. Ich will es dabei mal belassen. Wir haben heute Zahlen aus Amerika. Naja, Zahlen ist eigentlich völlig falsch. Buchstaben aus Amerika. Nämlich heute Abend die Zinsentscheidung der FED, wobei es eigentlich null auf die Zinsen drauf ankommt, sondern die Statement, das Begleitende, die Aussagen, die wir sozusagen haben, wie aktuell der Markt darauf reagiert, dass wir das Entscheidende sein. Typischerweise um 20 Uhr. Allerdings, weil die Amerikaner noch nicht auf Winterzeit wieder zurückgestellt haben, ist es heute um 19 Uhr. Also das unbedingt auf dem Kicker haben, damit ihr das nicht verpasst, wenn es für euch wichtig ist, wenn ihr das live gegebenenfalls mitverfolgen wollt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute mit dieser etwas ausführlicheren Betrachtung auf den DAX. Auch der amerikanische Markt bräuchte einen Rücksetzer. Das Grundprinzip ist also das Gleiche. Und die Details, die gucken wir uns dann gerne auch nachher im Nachgang an, an diese Geschichte. Dafür ist dann der richtige Zeitpunkt. Jetzt im Vorhinein, ja, so ähnlich muss es sein. Achtet drauf, was der Markt euch da bringt. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße. Wir sehen uns beim nächsten Mal.